Willkommen heute hier mit Thomas Eichberger. Er ist ein sehr guter Torwart im Spielkampf bei den Nationalmannschaften. Und heute wird er uns einen sportlichen Tipp. Ja, Ball auch von meiner Seite auch. Sportlicher Tipp, viel Bewegung ist wichtig. Ich gehe gerne laufen und trainiere gerne, vor allem im Freien. Da ist ein super Krafttraining im Freien, was in Kraft auch zahlreiche Möglichkeiten gibt. Wie beim Braugarten oder beim Nur-Pitch. Zum Beispiel die Qualitänexparks sind super ausgerüstet und macht extrem viel Spaß, dort auch sein Training zu machen und alle Übungsgeräte zu nutzen. Ja, bitte.